Hallo, mein Name ist Jörg Aßmann von Honeywell und ich stelle Ihnen heute den brandneuen Honeywell Dolphin CK65 vor. Der CK65 ist das neueste Mitglied der Mobility Edge Plattform. Kurz zur Erinnerung, Mobility Edge ist eine Hard- und Software-Plattform. Das Herzstück ist ein Chipsatz, der die gewünschte Systemstabilität und längere Produktlebenszyklen bis 2025 in sich vereint. Das hätte ich nicht besser sagen können. Für alle, die im Lager einen klassischen Formfaktor mit Tastatur benötigen und von Windows auf Android umsteigen möchten, da Windows seinen Support 2020 einstellt, ist der CK65 das ideale Gerät. Im Lageralltag müssen die Geräte einiges aushalten. Kapazierfähigkeit und Robustheit sind ein absolutes Muss. Auch hier glänzt der CK65 und trotzt allen Widrigkeiten. Mit dem CK65 ergänzen wir die Mobility Edge Familie um den klassischen Formfaktor für das Lager. Großes Display, klein in der Hand. Wie lange hält der Akku? Wie oft muss ich ihn tauschen und wie lange brauche ich für einen Austausch? Der CK65 bietet Akkus, die bis zu zwei Schichten halten. Wenn dann doch einmal getauscht werden muss? Ganz einfach. Mit der Hotswap-Technologie müssen Sie das Gerät nicht einmal herunterfahren und alle Daten bleiben erhalten. Im Lager finden sich unterschiedliche Scanszenarien. Deswegen bieten wir mit dem CK65 unterschiedliche Scanneroptionen, mit denen man Barcodes zwischen 5 cm und 15 m scannen kann. Windows beendet 2020 seinen Support. Setzen Sie jetzt auf den CK65 mit Mobility Edge.